Ich auch. Nur zwei Tode. Ey, nice fight. Boah, schon wieder gegen Barca now. Ohne Witz. Ey! Ciao. Vor allem wer mit welchem... Warte mal, ich will jetzt bei dem mitfahren. Also in meinem eigenen Auto will ich mitfahren. Wenn ich warte, ist, ich werfe dich raus, ne? Ach, ich soll warten? Ja. Oh, ich war da voll im Wacka-Modus. Wacka, wacka, ey, ey, ey. Oh, Junge, nein, fahr weg, fahr weg, oh! Wo wirst du nicht vorhin? Weiß ich nicht, irgendwo außerhalb. Aber das bockt nicht, wenn du so Teammates am Spawncamper und nichts einnehmen. Warum macht ihr das? Lass mal einfach auf die andere Seite laufen und so viele Dinge einsammeln, wie es geht. Loll. Loll. Was ist denn jetzt los? Hahahaha, das hat sich runtergerollt. Spaß, null. Boah! Hahahaha, er hat verloren und macht sofort Playstation-Aus. Was gehört? Ne, nicht so richtig. Ich hab nur gesehen, dass er auf einmal verlassen hat. Ey, wie geil! Ich hör so einen Blick blum 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 blum. Was ist denn mit den... Boah! Ich hab ihn im Runterfall, hab ich ihn geholt. Oh mein Gott. Das kann man ja als Tor noch durchgehen lassen. Oh nein, die führen, die führen, die führen. Als ob wir es nicht mehr gewonnen haben. Ich hab so viel eingenommen gerade. Ey, das kann nicht... Okay, wir machen jetzt, wer diese Runde gewinnt. Hahahaha! 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 Im langen Art Undol weil ich das eingesetzt habe, bist du genau in die falsche Richtung gefahren. Nein! Ich hab'n nicht bekommen... Was?! Wie kann Mich Motorrad so doll wekraumen? Anti-Ram-Motor-Ordner. Oh mein Gott, schon wieder! Monsieur, hier holen sie hin, ich hab sie hingebracht, lass mal getrinkt, ich nehm noch die Knarre mit, dann sind wir noch ein bisschen Gangster mäßiger drauf, weißt du? Für die Gang hier, die Gang ist den Koks, die ein paar Lines, ah, du mein, der ist kein, der ist kein Straßenmaler, aber trotzdem zieht er ein paar Lines, was seid ihr so eigentlich? Woah, wie der geflogen ist, oh mein Gott, hab's einer gesehen? Ich auch. Ja, wie wird, kann ich nicht mit einem Auto einsteigen? Woah, wie fährst du, Alter? So, hätte man, deine Fahrradlizenz hätte man mal abziehen sollen, guck mal wie du fährst. Hahaha, Junge wie das aussieht! Jetzt fehlt das schon, jetzt fahr doch mal gegen! also gehört das nicht, so sie ist für mich. Das muss man einfach, das muss man einfach, das muss man einfach sehen. Von Irgendwann. Ich habe gesagt, ich lande jetzt auf der Straße. Wow. Wenn ich das schaffe, gehe ich zur Lufthansa. Luchs, dreimal dazu raten, wer auf der Straße gelandet ist Oh wie? Ja, richtig Ich bin von nicht mehr explodiert Und der LKW, nein, warum fährst du mich hier rein? Oh, ihr Spaten, nein Oh, lol Oh, 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 oh Nein, oh nein, oh nein Swat, Squad Team Aw, da ist einer все explodiert Scheiße, der hat einen Reifen verloren Nein, mein Flugzeug Da steige ich jetzt nicht ein Ich weiß auch genau, warum ich da nicht einsteigen werde Genau deswegen Das wir nicht mal umfahren können Oh belastend Oh belastend Weasel News berichtet live von einer Unfallstelle Worauf ich weh das nicht schafft Lemmy TV umzufahren Jetzt jagt er ihn mit einer Haftbombe hoch Aber es funktioniert nicht Weasel News Weasel News Interviewt als nächstes Geralt Geralt hat keine Ahnung was jetzt passiert Nach langer Zeit sie endlich seine Familie wieder Hallo Ibims dein Cousin Oh dankeschön Ich bin abhulet Brave Brave Vielen Dank.